Okay, es ist auch schon die Zeit. Ne, ne, ich mach einfach halt. Weih, ja. Ich sohne auch nicht. So, gut, hier werden wir beim Bauernhof. Da, irgendwo. Ah, da, 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 da. Leichtarmee beim Schuss. Ne, 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 kann man alles verkaufen. Nein. Gewöhlveredlung des unbeugsamen Willens. Ist das eine Veredelung? Ah, toll. Kann man da irgendwas fortwerfen? Das, ja, fortwerfen, zerstören. Hier wird nichts fortgeworfen, hier wird es zerstört. Huhn! Jetzt kann ich es nicht mal anwählen. Es gibt Hühnchen. Ach komm, ich will ein paar Chicken Nuggets. Mann! Ups. Ach, vergiss es, dummes Huhn. Okay. Ich frage mich, was jetzt intelligent wäre. Soll ich das jetzt schon mal, äh, soll ich jetzt zu Leutnant Ludwig gehen und dem das sagen, oder? Soll ich das noch nicht machen und erst? Ach komm, ich sag ihm das. Ich war bei Failure Wurst, ich werde hier gut sein. Jupp. Oder anständig, oder wie man das auch immer beschreiben, benennen, benassen will. Ah, komm hier rein. Sobald ihr auf Damian trefft. Aufs Furt! Na gut. Wir haben ja noch... Was führt euch zurück in die Kaserne? Äh, Gedanken lesen? Ja. 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 Mist. Na man, ich bin gekommen mit zu, dass Bauer Karl tot ist. Ich hab hier einmal getötet. Hier ist eine Maske. Okay. Hier einmal, folge ich jetzt. Das wäre ein Schwert oder ein Schild. Schild nehme ich nicht, also Schwert. Gut. Weiter. Ich bin... Ah, Karl tot ist. Wie ist das passiert? Er ist ausgerastet? Ach, bin ich auch ausgerastet? Nein, ich musste mich leider gegen ihn zu beersetzen. Ihr habt ihn getötet? Lest das, Herr Mann. Das sind in der Tat schlimme Neuigkeiten. Aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Es wäre ihr doch besser gewesen, wenn ihr erst zu mir gekommen wärt. Er ist leider ausgerastet. Tut mir leid. Wie schon gesagt, er ist ausgerastet. Waaah. Oh, ich kann die öffnen. Juhu. Oh, ungewöhnlich. Das ist zu schwer. Oh Mann. Schweinerei. Kannst du handeln? Ich muss los. Ich muss los. Ich muss los. Ah. Hm. Das Schwert. Oder die Keule oder... Nee, Schwert. Da. Nö. Das war nicht das. Das denn hier. Das ist irgendwie... Naja. Naja. Nö. Kann man weg. Äh, verkaufen. Gibt es viele Probleme, die wir euch kümmern müssen? Äh. Ludwig? Willkommen. Habt ihr Neuigkeiten über das... Franklis? Nö. Ich hab den Standort. Erzählt mir alles. Sie verstecken sich in verborgenen Höhen nahe der Mine. Das kennen wir zum Zutät. Um Zutät zu bekommen, ladet rote Bete. Sehr gute Arbeit, Drachenböter. Ihr habt euch forderte Verstärkung aus allen roten... Schönen. Hilf, die werden erfolgreich abgeschlossen. Eine Malmöglichkeit. Rüstung, Schwert, Formel, Zuffenrüstung, Geld, Erfahrung. Ne, 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 ne. Das Schwert, ich hab... Ich hab ein besseres. Also ich hab bessere Waffen. Gut. Rüstung, die haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht aus den Socken. Nö. Meine ist auch besser. Bezauberung, brauch ich noch nicht. Ohrringe, ne. Lieber Erfahrung, oder lieber Geld? Liebe Erfahrung. Okay. Gut, danke sehr. Jetzt muss ich zum Händler. Ich muss mal ein Zeugslos mehr haben. Jetzt welchen geh ich? Zu schwarz macht Händler? Ja, vielleicht findet man noch eine gute Erfahrung. Kann ich die da öffnen? Ja! Jippie, juhu. Schlosserknacken ist lustig. Das mach ich PAS. Komm her, du Händlerin, du. Du riskierst noch mal ein Blick. Ne. Du riskierst noch mal ein Blick. Dann riskier mal ein Blick. Verkauf, 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 verkauf. Verdammt, hab ich den Boden verkauft? Nei. Ne, das mag ich schon. Ne, ne. Ich bleib bei meinen. Die hat so... Uuuuuh. Okay, Rüstung. Verkauf, verkauf. Ne. Ne, da, 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 da. Na, Kampf. Zwei. Eins, die, da. Fünf, da, da, da. Auto vergessen. Oh, okay. Okay. Auch verkaufen. Schmuck. Alles verkaufen. Vorräten. Das, Seil, weg. Bücher. Ja, komm. Weg mit dem Zeugs. Die versperren eh nur Platz. Das Zelt ist... Ne, das benutze ich. Buntar. Was kannst du mir rüstungsmäßig... Ja, es wird besser. Du waff... Oh. Oh. Ja, es wäre doch die zaktst. Jaja, die zaktst. Und... Der Wogen? Ja, der Wogen. Die Keule? Nö, oder? Nö, 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 ist gut, so. Ich will ja nicht gleich alles Geld ausgeben, das wäre ja nicht schön. Ach, das kann ich sowieso auch noch. Ach, Mann. Sieben bis fünfzehn, fünf bis elf, neun bis elf. Definitiv so. Dann kann ich das auch gleich wieder verkaufen. Perfekt. Können wieder gehen. Statten wir doch mal einen Schmied, einen Besuch ab. Ich glaube, der sollte wieder in seiner Hütte sein. Was haben wir, was habe ich eigentlich so für Quests? Jagdauftragen, das könnte ich jetzt machen. Goblin-Health müsste ich zu Dings. Buat, ach, stimmt, Buat. Buat, Buat, Buat. Da muss ich noch ein paar Personen befragen. Da, 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 da. Aber zuerst zum Schmied, dann zu Wort. Gut, was kannst du mir noch... Das kannst du mir anbieten, okay. Kommt das nicht. An, naja, vergiss es. Einer hier ist Rosie, Susi, Peggy. Uff, okay. Interessant in der Hand. Wo ist der verdammte Schmied, wenn man ihn mal braucht? Das ist fest. Ah, hier ist sie, Dana. Armer Karl, wie konnte das nur passieren? So habe ich das doch nicht geworfen. Ich, ich habe raus, dass er einen Mörder war, Dana. Ich musste handeln. Was musstet ihr wohl? Oh, lasst mich bitte alleine, Dallobis. Oh, Karl, wie konnte das nur passieren? So habe ich das doch nicht gewollt. Hm. Er hat Birok getötet, weil ihr mit ihm geschlafen habt. Das ist also... Nein, ich, ich habe nie... Du fühlst mich... Komm. Warum war ich hier um ihn... Okay. Warum seid ihr eigentlich hier? Ah, man. Der Dank wurde jetzt ein Jahr. Ah, das war der Schlüssel, den ich ja schon mal genommen habe. Können ich das jetzt öffnen? Ja! Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Entschuldigung. Gut. Ah, da ist er wieder. Wunderbar. Gedanke lesen? Oh, ja. A er ist diese Tätigkeit zu nehmen so uns haben ihn doch vor böse böse und aus der Gedanken lesen, ja, ich hab mein Kerl, Tims Scheine verloren, handeln, er hat ein paar Sachen, vielleicht so Rüstung, hast du?